Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres ATV Eichfeld Teleshopping Magazins. Heute werde ich Ihnen wieder zahlreiche tolle Produkte regionaler Firmen präsentieren. Kommen wir nun zu unserem ersten Unternehmen. Die Geschichte von Sikurus Lim wird mit Heilpflanzen und Heilgräseressenzen geschrieben. Ein Weilchen ziehen lassen und dann mit vollen Sinnen genießen. Dazu begrüße ich heute recht herzlich Frau Georgina Lackner, die Geschäftsführerin von Österreich, Deutschland und der Schweiz. Hallo liebe Georgina. Hallo liebe Sandra und vielen Dank für die Einladung. Liebe Georgina, erzähl unseren Zusehern, was ist Sikurus Lim und welche Philosophie steckt dahinter? Ja, Sikurus Lim Detox-Tee bzw. Abnehm-Tee, es ist ein hundertprozentiges natürliches Produkt. Besteht auf 17 Komponenten wie medizinische Pflanzen, Früchten und Wurzeln. Wir sehen ja da einiges, was haben wir hier zum Beispiel? Es gibt zwei verschiedene Tees-Sorten, den Forte Koji und den Indian Kino. Haben diese beiden Tees dieselbe Wirkung oder sind die einfach geschmacklich unterschiedlich? Der Unterschied zwischen den zwei Tees ist einfach nur verschiedene Aromen. Der Effekt ist beim Bein gleich. Die Idee dahinter ist einfach, dass man die Aromen in die Kurzeit wechseln. Gönnen Sie sich eine Detox-Kur. Detox bedeutet ja abnehmen, entschlacken und da bietet ja dieser Tee ja einiges, auch für die Verdauung und so. Sikurus Lim Detox-Tee ist ein Problemlöser für Verdauung normalisieren, entschlacken, entkifften den Körper. Sikurus Lim Detox-Tee ist ja der perfekte Problemlöser für die Zuseher, denn er kann ja so einiges. Natürlich ist es ein Appetitzügler und das macht natürlich aus, also warum abnimmt die? Dadurch, dass es sehr spezielle Pflanzen ausgewählt wurden, also sozusagen diese Heißhungerattacken zum Beispiel oder das Verlangen nach Süßigkeiten. Also das merkt man dann innerhalb von kurzer Zeit, dass das deutlich reduziert wird. Wie oft sollten die Zuseher den Tee trinken, damit er seine volle Wirkung entfaltet? Es wird dreimal im Tag getrunken, in der Früh, Mittag und am Abend, 30 Minuten vor dem Essen. Man kann natürlich auch für unterwegs mitnehmen. Und zum Mitnehmen gibt es ja ein ganz ein tolles Produkt. Dieses Produkt nennt man Infusa, ist eine tolle Flasche zum Mitnehmen auch. Sollten Sie demnächst eine Detox-Kur vorbereiten oder auch anwenden, zögern Sie nicht, greifen zum Telefonhörer, rufen unsere Hotline an unter der Telefonnummer 0677 636 730 und die 25. Ich darf das für Sie, liebe Zuseher, zu Hause mal probieren. Ich darf diesen Tee sozusagen kosten und ich werde Ihnen natürlich sagen, wie er schmeckt. Hervorragend! Also dieser Tee, meine lieben Zuseher, ist geschmacklich ein Erlebnis. Sie spüren die Gräser, Sie spüren die Frucht, die da drinnen ist. Georgina, du bist ja heute nicht ganz nur mit diesen Produkten gekommen, sondern du möchtest ja auch noch eine Neuheit vorstellen. Wir reden von Sikuro Slim Tee Cocktail, Antizellulite Tee. Endlich, es ist soweit. Wir haben das, wie gesagt, vor kurzem heraus. Also liebe Frauen zu Hause, endlich, es ist soweit. Für uns alle, wo wir mit Zellulite zu kämpfen haben, bestellen Sie diesen Antizellulite Tee. Er wird seine Wirkung bereits nach kurzer Zeit zeigen. Das Unternehmen Sikurus Lim, woher stammt es? Welche Produkte habt ihr und welche Firmenphilosophie steckt dahinter? Die Rezeptur und auch getestet ist in Deutschland, also zusammen mit deutschen Experten gemacht wurde. Und das Produkt im Sinne, also Produktion, ist in Rumänien. Also allen in allen ein recht tolles Produkt, Detox, Entschlacken, Entgiften. Liebe Zuseher, jetzt ist die beste Zeit. Beginnen Sie damit und rufen Sie an. Liebe Zuseher, für Sie nochmal kurz eine Zusammenfassung. Die beiden Detox-Tee mit den verschiedenen Geschmackrichtungen, Forte Goji und Indian Kino, erhalten Sie bereits um... 19,90 Euro. Die Neuheit Antizellulite Detox-Tee Cocktail erhalten Sie um einmalige... 24,90 Euro. Bestellen Sie sofort die Monatskur mit einem Spezialpreis anstatt 59,90 Euro. Heute hier bei ATV-Tele-Shopping erhältlich um... 52,90 Euro. Also nichts wie hin, greifen Sie zum Telefonhörer, rufen Sie unsere Hotline an unter der Telefonnummer 0677 636 730 und die 25. Liebe Zuseher, Herbstzeit und die kommende Winterzeit ist die perfekte Zeit, um unserem Körper was Gutes zu tun. Also bestellen Sie noch heute den Detox-Tee, die Antizellulite. Sie tun Ihrem Körper einfach nur gut. Teleshopping ATV Sie sind mit einem rechtlichen Problem konfrontiert und suchen kompetente individuelle Beratung. Dann sind Sie heute bei ATV-Tele-Shopping ganz genau richtig. Denn heute zu Gast ist Frau Antanasia Dursugas-Reif, Rechtsanwältin in Bölls. Hallo. Hallo Sandra, danke für die Entladung. Liebe Antanasia, für welche Rechtsbereiche stehst du jetzt zur Verfügung? Wir können ein großes Spektrum an unterschiedlichen Rechtsbereichen abdecken. Das fängt an vom Zivilrecht. Da fallen beispielsweise darunter Nachbarschaftsstreitigkeiten, Scharenersatzstreitigkeiten, Verkehrsunfälle. Weiter machen wir familienrechtliche Angelegenheiten, vor allem da Scheidungen, aber auch Unterhaltssachen und Absorgegeschichten. Dann machen wir natürlich auch Strafsachen. Also liebe Tusea zu Hause, sollten Sie ein Problem haben, sollten Sie Nachbarschaftsstreitigkeiten haben oder ein Testament benötigen, dann ist Frau Atanasia Dursugas-Reif ihre Adresse, wenn es um kompetente Beratung geht. Liebe Atanasia, wie sieht das jetzt aus? Ich möchte gerne ein Testament erstellen bei dir. Dann würde ich dich zunächst einmal bitten, einen Termin in meiner Kanzlei zu vereinbaren. Wenn du dann einen Termin bei mir in der Kanzlei hast, dann besprechen wir die unterschiedlichen Möglichkeiten durch. Ich kläre immer gerne auf, wie schaut es noch die gesetzliche Erbfolge aus, damit sich die Leute ein bisschen was vorstellen können. Und dann besprechen wir die unterschiedlichen Varianten durch und auf Basis dieses Gesprächs erstelle ich dann einen Testamentsentwurf, der dann noch einmal ausgeschickt wird, wo noch jeder einmal die Möglichkeit hat, sich das in Ruhe durchzulesen. Und dann, wenn das so passt, dann kann das Testament unterfertigt werden. Wir bieten dann nicht nur die Testamentserrichtung an sich an, sondern natürlich auch die Registrierung im österreichischen Testamentsregister. Hinterlegt wird das Ganze dann bei mir im Original, im Tresor, damit es dann, wenn es benötigt wird, auch aufgefunden werden kann. Also liebe Zuseher, sorgen Sie früh genug vor, damit Sie später kein Problem haben. Und damit das alles passt, zögern Sie nicht, greifen zum Telefonhörer, rufen unsere Hotline an unter Telefonnummer 0677 636 730 und die 25. Die erste anwaltliche Auskunft, das ist eigentlich so eine Serviceleistung, die von der Steiermarkischen Rechtsanwaltskammer angeboten wird, wo natürlich wir auch mitmachen. Die Termine, zu denen diese erste anwaltliche Auskunft stattfindet, wird dann regelmäßig auch in den Tageszeitungen veröffentlicht. Also flexibel, kompetent, das ist Athanasia Turchzugas Reif, Rechtsanwältin in Pölz. Wo genau zu finden? Unsere Kanzlei ist im Marktplatzamt Pölz, das ist in Pölz, das ist schön beschrieben. Also sollten Sie ein Problem haben, kommen Sie zu Frau Athanasia Turchzugas Reif. Sie wird Ihnen bestimmt in allen Rechtsgeschäften unterstützend tätig sein. Liebe Zuseher, für Sie nochmal kurz eine Zusammenfassung. Die erste anwaltliche Auskunft ist kostenlos. Wenn Sie ein Testament errichten, bekommen Sie um 300 Euro. Zögern Sie nicht, greifen zum Telefonhörer, rufen die Hotline an und machen Sie heute einen Termin aus. So sind wir auch schon am Ende unseres ATV-Eichfeld-Teleshopping-Magazins angelangt. Sollte Ihnen das eine oder andere Produkt gefallen haben, dann zögern Sie nicht, greifen zum Telefonhörer, rufen unsere Hotline unter der Telefonnummer 0677 636 730 und die 25 an. Des Weiteren können Sie diese Sendung nochmals auf unserer Homepage unter www.aitv.at ansehen. Im Namen des gesamten Teams darf ich mich bei Ihnen bedanken fürs Zusehen und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Bleiben Sie gesund, auf bald, Ihre Sandra Rinovner.